Ex-Ski-Star Lindsay Vonn hat den Auftritt mit Richard Mörtel-Lugner beim Wiener Opernball abgesagt. Dies verkündete die 35-Jährige am Freitag auf Twitter. Die Wintersport-Ikone, die vor einem Jahr ihre spektakuläre Karriere beendet hatte, gibt dem Unternehmer somit einen Korb. Grund für die Absage könnte ein Auftritt Lugners am Mittwoch gewesen sein, den Vonn als geschmacklos empfunden hat. Auf der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des Opernballgasts hatte er ein Nacktfoto Lindsay Vons aus einem Buch des Ex-Ski-Stars in die Kameras gehalten. Der 87-Jährige erfuhr von der Absage am frühen Freitagmorgen. Wer die ehemalige Sportlerin als Ehrengast ersetzen wird, ist noch unklar. Es gebe rechtliche Probleme, die man mit den Anwälten klären müsse, hieß es in einer offiziellen Stellungnahme. Lugner lädt seit rund 30 Jahren Stars in seine Loge beim Wiener Opernball ein und sorgt damit stets für großes Aufsehen vor und während der wichtigsten gesellschaftlichen Veranstaltung Österreichs.